Musik Herzlich Willkommen zum ersten Teil der Videoserie Fritzbox 7590 selber einrichten Hier im ersten Teil beginne ich mit den wichtigsten technischen Daten und weiteren Informationen zur Fritzbox 7590 von AVM Sie erfahren außerdem, welche Apps, welche Softwareprodukte und welches Zubehör es für die Fritzbox gibt Anschließend zeige ich, welche Funktionen in dieser Videoserie konfiguriert werden Danach starte ich direkt mit den Vorbereitungen, um die Fritzbox 7590 über das Netzwerk erreichen und konfigurieren zu können Gerne können Sie sich gezielt einzelne Themenbereiche dieser Videoserie anschauen oder Sie schauen sich bei einer Neuinstallation der Fritzbox 7590 alle Videos der Reihe nach an Falls Sie Fritzbox 7490 besitzen und konfigurieren wollen, dann empfehle ich Ihnen auch mein 65-minütiges Video Fritzbox 7490 einrichten Die Konfiguration der Fritzbox 7490 ist im Vergleich zur Fritzbox 7590 nahezu identisch Die Fritzbox ist eine Kombination aus mehreren Netzwerkgeräten, die in einer Box vereint wurden und sehr gut aufeinander abgestimmt sind Die Fritzbox besteht aus einem Router für den Internetzugang, einem 4-Port Gigabit Ethernet-Switch, einem WLAN-Accesspoint, einer Voice-Over-IP-Telefonanlage mit vielen Extras, einem NAS-Server, einem Media-Server und so weiter Außerdem kann mit zahlreichen kostenlosen Apps für Android- und Apple-Geräte auf diverse Services und Funktionen der Fritzbox zugegriffen werden Alles Technologien, die bei anderen Herstellern für viel Geld als einzelnes Gerät, als Zusatzmodul oder als Firmwareerweiterung gekauft werden müssen und teilweise noch nicht einmal Hand in Hand, geschweige denn zuverlässig miteinander funktionieren An dieser Stelle bedanke ich mich bei AVM für die vorübergehende Bereitstellung der Fritzbox 7590 Durch meine langjährige Arbeit in der IT-Branche kann ich unabhängig von AVM sagen, dass die Fritzbox mit ihrer Funktionsvielfalt, ihrer Zuverlässigkeit und mit den ständigen Software-Updates ein sehr gutes Produkt ist und somit ihrem Preis wert ist Gerade durch die ständige Weiterentwicklung des Betriebssystems, dem FritzOS, das in Form von Updates zur Verfügung gestellt wird, bleibt der Wert der Fritzbox für einen langen Zeitraum erhalten Bevor ich jetzt mit der Konfiguration beginne, möchte ich noch einige technische Daten zur Fritzbox 7590 nennen Die Fritzbox unterstützt ADSL, VDSL, VDSL-Vectoring und SuperVectoring 35B mit bis zu 300 Mbit pro Sekunde Sie ist zukunftssicher und läuft an allen Anschlüssen mit SuperVectoring 35B, DSL, All-IP, ISDN und an analogen Anschlüssen Sie verfügt über einen Gigabit-Warn-Port für den Betrieb an Kabel- oder Glasfasermodems Sie unterstützt 4x4-Dualband-WLAN-AC plus N mit Multi-User-MIMO MIMO bedeutet Multiple Input, Multiple Output Bei diesem Verfahren werden mehrere WLAN-Antennen parallel genutzt Hierdurch erhöht sich der Datendurchsatz erheblich und es kann unter Umständen eine größere WLAN-Reichweite erzielt werden Durch ein WLAN-Mesh arbeiten alle WLAN-Geräte in einem großen WLAN-Netzwerk mit nur einem Netzwerknamen und einem Netzwerkschlüssel Diese Funktion kann in Verbindung mit WLAN-Repeatern von AVM genutzt werden Die FRITZ!Box 7590 verfügt über 4 Gigabit LAN-Anschlüsse Sie hat zwei USB-3.0-Ports, an die Drucker und Speicher angeschlossen werden können Diese angeschlossenen Geräte können im Netzwerk über die FRITZ!Box freigegeben werden Zusätzlich unterstützen die USB-Anschlüsse UMTS, HSPA und LTE-Sticks für die Nutzung von Mobilfunktarifen Die FRITZ!Box verfügt über eine integrierte Telefonanlage inklusive einer Deckbasis für Telefone und Smart-Home-Anwendungen Darüber hinaus über einen internen S0-Bus für ISDN-Telefone und ISDN-Telefonanlagen und über zwei Anschlüsse für analoge Telefone und Faxgeräte Die FRITZ!Box verfügt außerdem über eine integrierte Faxfunktion Faxe können gesendet und empfangen werden Empfangene Faxe können an hinterlegte E-Mail-Adressen gesendet werden Und um das Telefonpaket abzurunden, verfügt die FRITZ!Box über fünf integrierte Anrufbeantworter Die Sprachnachrichten der Anrufbeantworter lassen sich automatisch per E-Mail versenden Mediaserver für Musik, Bilder und Filme WLAN und LAN-Gastzugang VPN sowie eine umfassende Kindersicherung gehören ebenfalls zur Ausstattung Folgende Apps stehen für Android- und Apple-Geräte zur Verfügung MyFritz FritzFone FritzMedia FritzCam FritzTV und FritzTicker Für PCs gibt es die Software FRITZ!Fax, um Faxe senden und empfangen zu können Als Erweiterung der FRITZ!Box bietet sich unter anderem folgendes Zubehör an Der FRITZ!WLAN-Stick für Computer ohne eigenes WLAN-Modul Das FRITZ!Phone, das ist ein Decktelefon für Telefonate und vieles mehr FritzDECT, um die Decktreichweite von Decktelefonen zu erhöhen FritzWLAN Repeater, um die WLAN-Reichweite zu erhöhen und Fritz Powerline Adapter, um Netzwerksignale über das Stromnetz zu senden Eine weitere wichtige Eigenschaft von FRITZ!Produkten ist, dass diese nach dem Kauf durch Software-Updates ständig weitergepflegt werden und dass regelmäßig neue Funktionen hinzukommen Folgende Funktionen werden im Laufe dieser Videoserie konfiguriert Die Verbindung mit der FRITZ!Box Die Verbindung mit dem Internet Die Voice-Over-IP-Telefonie mit der Einrichtung der eigenen Rufnummern Der Einbindung von Decktelefonen Mehreren Anrufbeantwortern inklusive der Weiterleitung der aufgezeichneten Sprachnachrichten als E-Mail Der Einrichtung individueller Telefonbücher Der Faxfunktion inklusive der Weiterleitung der Dokumente als E-Mail Und die Anbindung eines analogen Faxgerätes Außerdem wird die Konfiguration der LAN- und WLAN-Verbindungen mit eigenen Zugangsdaten und weiteren Netzwerkfunktionen wie Stealth-Mode und Remote Desktop beschrieben Anschließend wird der Push-Service eingerichtet Der Push-Service sendet diverse Informationen und Nachrichten der FRITZ!Box an eine oder an mehrere E-Mail-Adressen Danach werden der NAS-Server und der Media-Server eingerichtet Als nächstes zeige ich, wie eine VPN-Verbindung mit der FRITZ!Box hergestellt wird Und zum Schluss werde ich in einem FRITZ!Box-Spezial auf viele einzelne Themen eingehen die sehr wichtig sind, aber bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht erwähnt wurden Der physikalische Anschluss, also die Verkabelung der FRITZ!Box mit dem Telefonnetz und dem Computernetzwerk wird in dieser Videoserie nicht gezeigt denn in der beiliegenden Kurzanleitung von AVM wird der Anschluss der Leitungen sehr gut beschrieben Ziel dieser Videoreihe ist es einen bereits vorhandenen Router in diesem Fall die FRITZ!Box 7490 oder auch einen beliebigen anderen Internetrouter durch die FRITZ!Box 7590 zu ersetzen Hierzu muss die FRITZ!Box 7590 zuerst mit Hilfe eines Computers konfiguriert werden In diesem Video verwende ich einen PC mit Windows 10 Professional Der PC ist bereits Teil eines bestehenden Netzwerkes und ist über ein Ethernet-Kabel mit dem Netzwerk verbunden Bei Computern mit anderen Betriebssystemen ist der hier gezeigte Ablauf der gleiche Lediglich sind die Benutzeroberflächen anders gestaltet und die Einstellmöglichkeiten für das Netzwerk befinden sich an anderen Stellen Um die FRITZ!Box konfigurieren zu können, muss mit Hilfe eines Browsers eine Verbindung zur FRITZ!Box hergestellt werden Dies geschieht durch Eingabe der Adresse In den meisten Fällen werden Sie jetzt die Web-Oberfläche der FRITZ!Box 7590 sehen, die Sie zur Eingabe eines Kennwortes auffordert Anstelle der FRITZ!Box Web-Oberfläche erhalte ich die Fehlermeldung Netzwerk-Zeitüberschreitung oder je nach Browser auch Server nicht gefunden Sofern die FRITZ!Box korrekt angeschlossen wurde, das heißt korrekt mit dem Netzwerk verbunden ist liegt dies daran, dass sich die neue und noch nicht konfigurierte FRITZ!Box in einem anderen IP-Adressraum befindet und somit nicht erreicht werden kann Wie Sie alle erforderlichen Leitungen und eventuelle Adapter an die FRITZ!Box anschließen wird in der beiliegenden Kurzanleitung von AVM sehr gut beschrieben In einem bereits bestehenden Netzwerk wie diesem oder sehr wahrscheinlich auch in Ihrem wird meistens ein anderer IP-Adressraum verwendet als der, der von der noch nicht konfigurierten FRITZ!Box verwendet wird Der jetzt folgende Videoteil steht in enger Verbindung mit dem Video LAN-Einstellung konfigurieren in Teil 8 Um die FRITZ!Box erreichen zu können, wird die IP-Adresse des Computers geändert Die aktuelle IP-Adresse des Computers lässt sich in der Eingabeaufforderung mit dem Befehl IP-Config abfragen Hierzu klicke ich auf den Start-Button Wähle unter Windows System die Eingabeaufforderung aus und gebe in der Eingabeaufforderung den Befehl IP-Config ein Oder ich klicke mit der linken Maustaste auf den Start-Button Schreibe mit der Tastatur CMD Übernehme die Eingabe mit der Enter-Taste und gebe jetzt in der Eingabeaufforderung den Befehl IP-Config ein Zurzeit hat der Computer eine feste IP-Adresse Sie lautet 192.168.64.120 Das Standard Gateway, das ist der zur Zeit verwendete Internet-Router hat die IP-Adresse 192.168.64.10 Die IP-Adresse der neuen und noch nicht konfigurierten FRITZ!Box 7590 lautet zum Zeitpunkt der Video-Erstellung 192.168.178.1 Die Box ist auch unter 169.254.1.1 erreichbar Die aktuellen Daten erhalten Sie auf der Seite von AVM beziehungsweise durch eine Suche im Internet Wie bereits vermutet liegen die beiden IP-Adressen nicht im gleichen IP-Adressraum Die IP-Adresse des Computers lässt sich über das Netzwerk und Freigabe-Center ändern Hierzu klicke ich mit der linken Maustaste auf den Start-Button und wähle unter Windows System die Systemsteuerung aus oder ich klicke mit der linken Maustaste auf den Start-Button schreibe mit der Tastatur Systemsteuerung und übernehme die Eingabe mit der Enter-Taste Das Wort Systemsteuerung muss nicht komplett ausgeschrieben werden da das System bereits im Hintergrund sucht und Vorschläge unterbreitet In der Systemsteuerung wähle ich durch ein Klick auf das Netzwerk und Freigabe-Center das Netzwerk und Freigabe-Center aus Im Netzwerk und Freigabe-Center gehe ich auf Adapter-Einstellungen ändern In der angezeigten Liste wähle ich den entsprechenden Netzwerk-Adapter mit einem Rechtsklick aus und gehe in dem angezeigten Menü auf Eigenschaften In der Eigenschaften-Anzeige wähle ich aus der Liste das Internetprotokoll Version 4 aus und klicke auf Eigenschaften Von den hier angezeigten Netzwerkeinstellungen sollten Sie ein Screenshot anfertigen und ausdrucken Diese Daten werden im Video LAN-Einstellungen konfigurieren in Teil 8 wieder benötigt Bevor Sie im folgenden Schritt die IP-Adresse des Computers ändern sollten Sie alle offenen Dateien speichern und alle laufenden Programme schließen da es sonst zu Datenverlusten kommen kann Die neue IP-Adresse setze ich zum Beispiel auf 192.168.178.10 und die Subnet-Mask auf 255.255.255.0 Für die Konfiguration der FRITZ!Box sind an dieser Stelle keine weiteren Netzwerkeinstellungen erforderlich und können gelöscht werden Anschließend werden die neuen Einstellungen mit einem Klick auf OK übernommen Im Browser gebe ich jetzt die IP-Adresse der noch nicht konfigurierten FRITZ!Box ein 192.168.178.1 Jetzt ist die Web-Oberfläche der FRITZ!Box erreichbar und ich kann mich mit dem Kennwort einloggen Das Kennwort wurde bereits von AVM vorgegeben und befindet sich auf einem Aufkleber auf der Unterseite der FRITZ!Box 7590 Im Laufe der Konfiguration wird das von AVM vergebene Kennwort durch ein eigenes Kennwort ersetzt Im nächsten Teil dieser Videoserie zeige ich, wie mit Hilfe des Assistenten die Zugangsdaten der Telekom eingetragen werden und worauf dabei zu achten ist Wie immer erhalten Sie weitere Informationen zu diesem und vielen weiteren Videos auf meiner Homepage unter www.mld-service.eu Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020